Nichts bewegt sich schneller durch das Universum als das Licht. In nur einer Sekunde könnte es die Erde siebenmal umrunden. Wenn es uns aus gigantischen Entfernungen erreicht, enthüllt es uns die Geschichte des Kosmos. Es ermöglicht uns einen Blick zurück in der Zeit. Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 299.792 Kilometern pro Sekunde. Nichts kann sich schneller bewegen. Wir haben noch niemals die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten. Doch ist diese Aussage endgültig? Werden sich Raumschiffe jemals schneller als das Licht bewegen? Ist es überhaupt einen Versuch wert? Das Handtuch zu werfen, bevor man es versucht hat, bedeutet aufzugeben. Man kann sie nicht berühren oder spüren. Sie ist eine abstrakte Größe von immenser Bedeutung und der Kern alles Seiendem. Sie ist ein grundsätzlicher Dreh- und Angelpunkt des gesamten Universums. Die Lichtgeschwindigkeit. Auf der Erde, wo Geschwindigkeit so gefragt ist, scheinen selbst die schnellsten Fahrzeuge und Technologien nur zu kriechen im Vergleich zum Weltraum. Wo die Lichtgeschwindigkeit herrscht. Mehr noch als ein Herrscher ist die Lichtgeschwindigkeit vielmehr ein Stützpfeiler, auf dem das Universum gründet. Ein Sprichwort in der Physik besagt, die Lichtgeschwindigkeit ist nicht nur eine gute Idee, sondern Gesetz. Die Lichtgeschwindigkeit ist eine der wichtigsten Geschwindigkeitsbegrenzungen im ganzen Universum. Die Lichtgeschwindigkeit, annähernd 30.000 Kilometer pro Sekunde, ist einfach unglaublich. In nur einer Sekunde könnte es die Erde siebenmal umrunden. Das ist eine fantastische Geschwindigkeit. Diese unglaubliche Geschwindigkeit ist das erste, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wenn man sich mit dem Phänomen Licht beschäftigt. Zu behaupten, es wäre schnell, ist eine grandiose Untertreibung. Ich kann mit meinem Handy praktisch ohne Zeitverzögerung mit jemandem am anderen Ende des Kontinents reden. Und das Signal geht vom Telefon zu einem Sender hinauf zu einem Satelliten und wieder runter, und das unmittelbar. Die Lichtgeschwindigkeit erscheint uns quasi unbegrenzt. Physikprofessor Clifford Johnson ist ein begeisterter Radfahrer. Während er seine Bahnen fährt, überlegt er, die gleichen 299.792 Kilometer zu fahren, die das Licht in einer Sekunde zurücklegt. Doch ihm ist klar, dass er seine Arbeit dann an den Nagel hängen müsste. Um die Strecke zurückzulegen, die das Licht in einer Sekunde zurücklegt, müsste ich auf meinem Rad 22 Monate lang 24 Stunden am Tag mit einer Geschwindigkeit von 19 kmh fahren. Doch die Lichtgeschwindigkeit, im Verhältnis zur Geschwindigkeit, mit der wir leben, lässt unsere Welt genau so erscheinen, wie wir sie erwarten. Einer der positiven Aspekte der Lichtgeschwindigkeit für die Menschen ist, dass uns alles genau so erscheint, wie es auch wirklich ist. Die Lichtgeschwindigkeit lässt unseren Alltag quasi ohne Zeitverzögerung erscheinen. Wenn die Glühbirne eingeschaltet wird, sieht man es sofort. Alles, was um uns passiert, wird sofort erfasst. Und einige Erfahrungen machen überdeutlich, dass das Licht schneller ist als alles andere, einschließlich des Schalls. Eine der Folgen der hohen Geschwindigkeit des Lichts ist, dass man einen Blitz quasi im selben Moment sieht, seinen Schall, aber erst zeitverzögert wahrnimmt. Doch sogar die Lichtgeschwindigkeit stößt an ihre Grenzen, wenn man sie mit dem Universum ins Verhältnis setzt. Uns erscheint die Lichtgeschwindigkeit unvorstellbar schnell, doch astronomisch betrachtet ist sie ganz schön lahm. Und so erscheint es fast wie Ironie, dass die Apollo-Mission, die mit ihrer uns so unglaublich erscheinenden Geschwindigkeit von 40.000 kmh in den Weltraum gestartet war, gleichzeitig bewies, wie frustrierend langsam die Lichtgeschwindigkeit sein kann. Gerade als es darum ging, mit den Astronauten auf der 380.000 Kilometer entfernten Mondoberfläche zu sprechen. Als die Astronauten auf dem Mond waren und die Leute Neil Armstrong fragten, wie es dort oben sei, vergingen mehrere Sekunden zwischen der Frage und Neil Armstrongs Antworten. Neil, Houston hier, checkt der Verbindung, over. Verstanden, Houston, laut und klar. Alles klar, Houston. Verstanden was? Und diese Sekunden vergingen nicht deshalb, weil er sich erst eine Antwort überlegen musste, sondern weil das Signal mit Lichtgeschwindigkeit von der Kontrollstation bis zu Neil Armstrong 1,3 Sekunden benötigte und weitere 1,3 Sekunden für seine Antwort zurück. Zusammen also 2,6 Sekunden. Doch die 1,3 Sekunden, die das Licht für seine Reise von der Erde zum Mond benötigt, sind eine Kleinigkeit im Vergleich zu den Entfernungen anderer Himmelskörper. Das Licht der Sonne beispielsweise benötigt mehr als 8 Minuten, um die Erde zu erreichen. Wenn die Sonne in diesem Moment plötzlich verschwende, würde es 8 Minuten dauern, bevor wir auch nur eine Schockwelle verspüren würden und das Licht für uns ausgeht. Die Beschränkungen durch die Lichtgeschwindigkeit machen auch die Kommunikation mit den weit im Sonnensystem verstreuten Raumsonden zu einer Herausforderung. So brauchen die Signale zu Mars je nach seinem Abstand hin und zurück zwischen 6 und 44 Minuten. Zu Cassini bei Saturn 2 bis 3 Stunden. Und über 29 Stunden zu Voyager 1, der am weitesten entfernten Sonde, die sich allmählich aus unserem Sonnensystem hinaus bewegt. Und dennoch sind diese Entfernungen kosmisch betrachtet banal. Wir können uns die 16 Milliarden Kilometer zwischen der Erde und Voyager vielleicht gerade noch so vorstellen. Aber was kommt dann? Der uns nächste Stern ist ein roter Zwerg namens Proxima Centauri. Über 40 Billionen Kilometer entfernt. Das ist eine 40, gefolgt von 12 Nullen. Ich werde oft gefragt, wie ich als Astronomin diese riesigen Zahlen nachvollziehen kann. Die Antwort ist, ich kann es nicht. Das menschliche Hirn kann solche riesigen Zahlen nicht erfassen. Manchmal schreibe ich auf, wie viele Nullen die Entfernung zu einer Galaxie in Kilometern hat, einfach um zu sehen, wie groß die Zahl ist. Tatsächlich würden Astronomen den ganzen Tag nur Nullen aufschreiben, wenn es nicht eine bessere Maßeinheit gäbe, das Lichtjahr. Ein Lichtjahr sind ca. 9,5 Billionen Kilometer. Das ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Der Gebrauch des Wortes Jahr offenbart einen weiteren Aspekt des Charakters des Lichts. Überlegen Sie mal. Sirius, der hellste Stern am Himmel, ist 8,6 Lichtjahre entfernt. Das heißt, wir sehen ihn nicht, wie er tatsächlich heute ist, sondern so, wie er vor 8,6 Jahren war. Den hellen Stern Vega sehen wir, wie er vor 25 Jahren war. Und den roten Riesenstern Beetlejuice, wie er vor rund 500 Jahren war. Es ist ein wunderbares Geschenk der Natur, das wir in der Zeit zurücksehen können. Je weiter wir in die Entfernung sehen, umso weiter schauen wir zurück in der Zeit. Wir hätten von der Geschichte des Kosmos keine Ahnung, wenn das Licht auf seinem Weg keine Zeit benötigen würde. Laura Danley ist die Kuratorin des historischen Griffiths Observatoriums in Los Angeles. Die Fähigkeit des Lichts, uns in der Geschichte zurückzuführen, ist ihr Thema. Sie hat eine Fotosammlung angelegt, die uns die Lichtgeschwindigkeitsgeschichte des Universums in Schnappschüssen schildert und dabei bis an dessen Anfang vor mehr als 13 Milliarden Jahren zurückreicht. Ich stelle ein Sammelalbum der Geschichte unserer Familie von Galaxien zusammen. Es zeigt alle Galaxien, die wir mit unseren Teleskopen noch sehen können. Jedes Bild in diesem Album stellt also einen Blick zurück in der Zeit dar, entsprechend der Entfernung in Lichtjahren. Der berühmte Krebsnebel vor 6300 Jahren. Das Zentrum unserer Milchstraße vor 27.000 Jahren. Und die Andromeda-Galaxie, unser direkter Nachbar, vor 2,5 Millionen Jahren. Für kosmische Verhältnisse geradezu gestern. Ich liebe diesen Sternenhaufen. Fast 90 Prozent der dargestellten Zeit wird von gewöhnlichen Galaxien repräsentiert. Gewöhnlich bestimmt, aber faszinierend facettenreich. Diese beiden kollidieren miteinander. Die eine scheint sich direkt durch die andere hindurch zu bewegen. Die Geschichte der Entstehung und des Zusammenspiels verschiedener Galaxien ist ganz schön dramatisch. Diese hier ist gerade einmal 500 Millionen Lichtjahre entfernt. Mit jedem Foto, das Laura Danley hinzufügt, vervollständigt sich das Bild. Ausgewachsene Galaxien, die in all ihrer Vielfältigkeit in den letzten 12 Milliarden Jahren entstanden sind, spielen dabei die Hauptrolle. Doch der Weltraum hat auch seine ganz eigenen Babyfotos. Die Galaxien zeigen, die Galaxien zu einem Zeitpunkt zeigen, als das Weltall noch nicht einmal den Kinderschuhen entwachsen war. Diese interessanten Galaxien sind etwa 11 Milliarden Lichtjahre entfernt. Das entspräche einem 2 oder 2,5 Jahre alten Kind, das gerade laufen lernt. Doch selbst diese Galaxien haben noch jüngere Geschwister. Diese spektakuläre Aufnahme zeigt eine Gravitationslinse, eine Anhäufung von Galaxien in 2,2 Milliarden Lichtjahren Entfernung, die das Licht bricht und uns damit viel weiter zurück in Raum und Zeit blicken lässt. Die Linse enthüllt einen kleinen Fleck, der sich als früheste Galaxie herausstellte, die wir heute sehen können. Ein Säugling in einem sich gerade erst entwickelnden Universum vor 13 Milliarden Jahren. In diesem frühkindlichen Stadium sind Galaxien kaum auseinanderzuhalten. Sie ähneln Klecksen und haben kaum Struktur. Am Anfang ähnelt auch das gesamte Universum einem Klecks. Was wir heute noch aus dieser Zeit sehen können, sind die ersten Lichtstrahlen der Geschichte, die uns erst jetzt, 13,7 Milliarden Jahre nach ihrer Entstehung, erreichen. Sie erscheinen uns im Nachglühen des Urknalls und werden als kosmische Hintergrundstrahlung bezeichnet. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist das am weitesten Entfernte, was wir sehen können. Sie zeichnet quasi ein Bild des Babys direkt nach der Entbindung. Diese NASA-Aufnahme des gesamten Weltalls zeigt überall ein einheitliches Leuchten. Das Universum, einen kosmischen Moment nach seiner Geburt. Doch hier stößt unser Blick plötzlich an seine Grenzen. Unsere Sicht auf das Universum wird nicht beschränkt durch dessen Größe oder die Stärke unserer Instrumente, sondern durch die Begrenzung der Lichtgeschwindigkeit selbst. Wie kann die schnellste Erscheinung im Universum unseren Blick auf die Unendlichkeit des Universums verstellen? Da wir wissen, dass das Licht in einem Jahr eine Strecke von 9,5 Billionen Kilometern zurücklegt, haben wir mit dem Lichtjahr eine praktische Abkürzung zur Hand, wenn es um riesige Entfernungen im Universum geht. Doch genauso wichtig ist es zu begreifen, dass die Lichtgeschwindigkeit mit 9,5 Billionen Kilometern pro Jahr auch ein ehernes Gesetz darstellt. Die Lichtgeschwindigkeit ist so konstant, dass das Universum quasi alles um sie herum verändert, sodass man es nie in einer anderen Geschwindigkeit sieht. Die Lichtgeschwindigkeit ist praktisch die Messlatte für das gesamte Universum. Tatsächlich bietet sich die Lichtgeschwindigkeit durch ihre Konstanz als Werkzeug zur Messung von Entfernungen in den Weiten des Raumes an. Wichtig ist hierbei nun die sogenannte Rotverschiebung. Das Licht bewegt sich zwischen den Galaxien mit einer fixen Geschwindigkeit fort. Wenn sich der Raum nun zwischen den Galaxien ausdehnt, wird das Licht dabei gestreckt und es färbt sich rot. Während sich das Licht auf seiner Reise von einer Galaxie zu beispielsweise unserer Erde bewegt, dehnt es sich zusammen mit dem Raum aus. Und das führt dazu, dass eigentlich kurzwelliges, wie beispielsweise blaues Licht, langwelliger und damit rötlicher wird. Das ist der Grund für die Rotverschiebung, die wir in den Spektren der meisten Galaxien beobachten können. Wie kann man die Rotverschiebung zur Messung von Entfernungen nutzbar machen? Alles begann mit einer beeindruckenden Entdeckung, die 1926 am Mount Wilson Observatorium außerhalb Los Angeles gemacht wurde. Ich finde es immer aufregend, auf dem Mount Wilson zu sein, denn hier veränderte sich unsere Sicht auf das Universum von Grund auf. Hier fand Edwin Hubble überraschend heraus, dass sich das Universum ausdehnt. Niemand dachte daran, dass es so sein könnte und es veränderte alles. Da er überall Rotverschiebungen feststellte, konstatierte Hubble, dass sich alle Galaxien voneinander fortbewegen, was, wie wir wissen, durch die Ausdehnung des Raumes selber hervorgerufen wird. Von der Erde aus betrachtet sieht es nicht so aus, als würde eine Galaxie sich entfernen. Doch weil ihr Licht nach Rot verschoben ist, wissen wir, dass es so ist. Eine Galaxie, die sich langsam entfernt, weist eine leichte Rotverschiebung auf. Eine sich schneller entfernende Galaxie weist eine stärkere Rotverschiebung auf. Doch Hubble fand heraus, dass diese sich schneller bewegenden Galaxien auch weiter entfernt waren. Das führte zu der Schlussfolgerung, dass je größer die Rotverschiebung ist, desto entfernter die Galaxie ist. Dadurch, dass sie sahen, wie schnell sich der Raum ausdehnt und sie seinen Weg zurück berechnen konnten, gelang es den Kosmologen, das Alter des Universums zu berechnen. Verbindet man dieses mit der Lichtgeschwindigkeit, ergibt sich eine monströse Denksportaufgabe. Das Universum ist so groß, dass die Zeit, die das Licht benötigt, wichtig wird. Das Universum entstand vor ungefähr 13,5 Milliarden Jahren. Das bedeutet, dass wir in jede Richtung höchstens 13,5 Milliarden Lichtjahre weit sehen können. Das Licht hatte nicht mehr Zeit, um weiter reisen zu können. Das bezeichnet man als den Beobachtungshorizont, eine Kugel mit einem Radius von 13,5 Milliarden Lichtjahren, die alles enthält, was wir sehen können. Doch damit geht das Rätselraten erst los. Endet dort auch der Raum? Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dieser Bereich das gesamte Universum umfasst. Es könnte viel größer sein. Durch die Zeit, die das Licht zum Reisen braucht, können wir nicht mehr sehen. Das ist der Horizont. Überlegen Sie mal mit. Astronomen in einer Galaxie am Ende unseres Horizonts können unmöglich Galaxien am anderen Ende unseres Horizonts sehen. Aber dafür können sie Galaxien über 13,5 Milliarden Lichtjahre in der Gegenrichtung sehen. Genau wie Astronomen am Rande deren Horizonts. Und so weiter und so fort bis zur Unendlichkeit. Doch für jeden Beobachter gilt, die Lichtgeschwindigkeit hält sie gefangen. Bei der Frage, was hinter dem Beobachtungshorizont geschieht, stellen wir fest, dass die Lichtgeschwindigkeit wirklich eine Hürde darstellt. Wir haben noch nie etwas hinter dem Beobachtungshorizont gesehen. Ist es da tröstlich zu wissen, dass es innerhalb unseres Horizonts so viel zu sehen gibt? Diese atemberaubende Aufnahme des Hubble-Teleskops zeigt das Ultra Deep Field. Dabei handelt es sich um ein unglaublich detailreiches Foto eines Bereichs des Himmels, der hundertmal kleiner ist als der Vollmond. Und trotzdem sind in ihm zehntausende Galaxien enthalten. Und das Licht einiger von ihnen war 13 Milliarden Jahre lang zu uns unterwegs. Aus noch größerer Entfernung kommt die kosmische Hintergrundstrahlung aus einer Zeit nur 400.000 Jahre nach dem Urknall. In diesem farbcodierten Bild der NASA ist das Glühen der Strahlung grün dargestellt, was für eine Masseverteilung steht, die so einheitlich ist, dass innerhalb von ihr die Temperatur um nicht mehr als ein 50.000 Grad abweicht. Nichts, was uns Menschen bekannt ist, ist auch nur annähernd so gleichmäßig. Tatsächlich glauben die Astronomen, dass das Universum eigentlich ganz anders sein müsste. Den Gesetzmäßigkeiten folgend müsste das Universum eigentlich klumpig sein. Wenn man zwei verschiedene Orte vergleicht, müssten die Massekonzentration und die Temperatur eigentlich an beiden Orten komplett unterschiedlich sein. Aber sie sind extrem einheitlich. Das ist unser Rätsel. Dieses Rätsel hat seinen Ursprung im Urknall. Wenn alles von Anfang an auseinanderfliegt, warum sollte es dann nicht einheitlich sein? Keine Explosion, die wir kennen, führt zu einer solchen Einheitlichkeit. Wenn man sich irgendeine gewöhnliche Explosion ansieht, eine Atomexplosion oder ein Stück TNT, so verlaufen sie nicht im geringsten so gleichförmig. Ein Trümmerteil fliegt hier hin, ein Stück Papier nach da, ein Stück Eisen dorthin. Alles sehr ungleichmäßig. Die Wissenschaftler glauben also, dass die kosmische Hintergrundstrahlung nicht so blau bis grün sein sollte, wie sie ist. Wie sie darauf kommen, können wir in einem herkömmlichen Farbengeschäft herausfinden. Stellen wir uns ein Universum vor, das aus verschiedenfarbigen Farbeimern besteht. In diesem Universum haben wir einen Eimer mit gelber und einen mit blauer Farbe. Und mit dem Urknall in diesem Universum beginnen die beiden Eimer, sich voneinander zu entfernen. In unserem Farbenuniversum wäre die eine Hälfte gelb und die andere blau. Aber wie wir gesehen haben, sieht das Universum grün aus, das Farbenuniversum genau wie das echte Weltall. Die zwei Farben stehen für die unterschiedlichen Teilchen im gerade entstandenen Universum. Um zu einem so gleichmäßigen Grün wie bei der kosmischen Hintergrundstrahlung zu kommen, müssen sie miteinander in Berührung gekommen sein. Doch als man erstmals die Geschwindigkeit des Urknalls berechnete, kam man zum Schluss, dass der Urknall alles mit mehr als Lichtgeschwindigkeit auseinanderschleuderte, was bedeutet, dass Blau und Gelb selbst am Anfang der Schöpfung zu weit auseinander waren, um sich vermischen zu können. Ein so einheitlich grünes Universum wäre seltsam. Das wäre so, als gieße man die gelbe Farbe aus und sie würde plötzlich grün. Und mit der blauen genau dasselbe. Das ist unmöglich. Dieses Problem kann durch die Inflationstheorie gelöst werden, an der ich gearbeitet habe. Sie ergänzt die Urknalltheorie. Durch diese heute weitgehend akzeptierte Theorie ist die Urknalltheorie ohne die Beschränkungen der Lichtgeschwindigkeit anwendbar. Eine weitere Möglichkeit, wie dies geschehen sein könnte, wäre, dass unser Farbuniversum sich nur so weit ausgedehnt hat. Die beiden Eimerfarbe haben nun genug Zeit, sich miteinander zu vermischen und einheitlich grün zu werden, bevor das Universum einen Zustand weiterer Expansion durchläuft, der schneller als Lichtgeschwindigkeit vor sich ging. Dadurch würde die grüne Farbe überall im Weltraum verteilt werden. Wenn die Theorie stimmt, wäre diese Periode der Inflation der eigentliche Urknall. Was davor geschah, wäre demnach der Ur-Urknall, ein Vorläufer des eigentlichen Urknalls. Selbst heute noch dehnt sich das Universum mit hoher Geschwindigkeit aus. Galaxien entfernen sich so schnell voneinander, dass es den Anschein hat, dass sie dabei die Lichtgeschwindigkeit als ultimative Geschwindigkeitsbegrenzung übertreten. Die Ausdehnung des Raumes mit Überlichtgeschwindigkeit setzt uns erneut Grenzen. Und zwar in dem Bereich, in dem die Galaxien des Universums sich weiter von uns entfernt haben, als wir es von der Erde aus sehen können. Die uns verhältnismäßig nahen Galaxien, die wir ohne Anstrengungen sehen können, bewegen sich ziemlich schnell von uns fort und die weiter entfernten bewegen sich noch schneller. Doch die wirklich weit entfernten bewegen sich noch schneller als das Licht von uns fort. Und dann gibt es noch die Galaxien, die wir nie werden sehen können, weil sie ihren Weg bereits in so großer Entfernung begannen, dass ihr Licht uns nie erreichen wird, weil sich der Raum schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt. Damit stellt der Raum an sich die Ausnahme von der Regel dar. Er selbst kann sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnen. Während alles innerhalb davon an Albert Einstein und seine Relativitätstheorie gebunden bleibt. Albert Einstein ist der Verkehrspolizist. Man kann die Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten. Wir können Teilchen auf 99,9999 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, aber die Lichtgeschwindigkeit haben wir noch nie überschritten. Doch wir müssen die Lichtgeschwindigkeit gar nicht überschreiten, um zu erleben, was für ein seltsames Verhalten das Licht an den Tag legt. Wenn das Universum sich um die Lichtgeschwindigkeit herum krümmt und streckt, was geschieht dann wohl, wenn wir aufs Gaspedal treten und versuchen, so nah wie möglich daran heranzukommen? Für die meisten von uns erscheint Licht einfach und unkompliziert. Eine Eigenheit der Natur, durch die wir das Universum sehen können. Unter dem prüfenden Blick der Wissenschaft jedoch erscheint es seltsam und bizarr. Licht erscheint uns absolut alltäglich, obwohl wir eigentlich keine Ahnung davon haben. Es ist seltsam. Das ganze Universum krümmt sich um die Lichtgeschwindigkeit herum, um sich ihr anzupassen. Ein Ansatz, um zu verstehen, warum sich das Universum um die Lichtgeschwindigkeit herum krümmt, besteht darin, den Physiker Clifford Johnson auf seiner Radrennbahn zu besuchen. Auf ihr wird ein Tennisball mit einem Lichtstrahl konkurrieren. Wenn ich einen Tennisball mit einer bestimmten Geschwindigkeit werfe, wird er eine bestimmte Strecke zurücklegen. Das ist der Weg des Tennisballs, den Johnson wirft, während er selbst stillsteht. Er landet ungefähr in der Mitte der Bahn. Jetzt wird er ihn noch einmal werfen, aber dieses Mal vom fahrenden Fahrrad aus und mit anderen Ergebnissen. Wenn ich den Tennisball vom fahrenden Fahrrad auswerfe, wird er schneller sein, weil sich die Geschwindigkeit des Fahrrads mit der des Tennisballs addiert, sodass er weiterfliegt. Wenn man die beiden Würfe vergleicht, ist der Unterschied offensichtlich. Der Ball fliegt schneller und weiter, wenn er vom fahrenden Fahrrad ausgeworfen wird. Das ist vollkommen logisch. Doch jetzt unterziehen wir Licht demselben Test und benutzen dafür den Fahrradscheinwerfer anstatt des Tennisballs. Wenn ich stillstehe und den Scheinwerfer einschalte, kommt der Lichtstrahl immer mit Lichtgeschwindigkeit heraus. Stellen Sie sich vor, dass der Lichtstrahl langsam genug wäre, sodass wir seinen Weg sehen können. Wir markieren seine Position einen kurzen Moment später. Als nächstes schaltet Johnson den Scheinwerfer während der Fahrt ein und das Unerwartete geschieht. Im gleichen Moment legt das Licht genau dieselbe Strecke zurück. Die Geschwindigkeiten addieren sich nicht. Lichtgeschwindigkeit bleibt immer Lichtgeschwindigkeit. Die zwei Lichtstrahlen legen die gleiche Strecke zurück, weil die Lichtgeschwindigkeit konstant und unabhängig von der Bewegung der Lichtquelle ist. Auch wenn wir etwas anderes erwarten würden, es handelt sich um ein Naturgesetz. Jeder Lichtstrahl im Universum bewegt sich mit derselben Geschwindigkeit durch den leeren Raum. Egal wie schnell der Stern oder Komet oder die Galaxie sich auch bewegt, von der er ausgeht. Nachdem Wissenschaftler dies Ende des 19. Jahrhunderts herausgefunden hatten, erledigte Albert Einstein für uns all die restliche Rechnerei und entwickelte seine spezielle Relativitätstheorie, deren Kern die konstante Lichtgeschwindigkeit ist. Das Verständnis der Lichtgeschwindigkeit eröffnete uns einen Einblick in das Wesen von Raum und Zeit, wie wir sie heute verstehen. Wir leben nicht in einer starren Welt, in der ein Meter immer ein Meter ist und eine Uhr immer im gleichen Takt tickt. Wir leben in einer flexiblen, dehnbaren Einstein-Welt oder relativistischen Welt von Raum und Zeit. In unserer Alltagserfahrung erscheint uns das Universum nicht sonderlich dehnbar, weil wir uns im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit sehr langsam bewegen. Aber wenn wir die Geschwindigkeit steigern, beginnen sich die Dinge zu verändern. Während man sich der Lichtgeschwindigkeit nähert, treten die seltsamsten und fantastischsten Verzerrungen auf. Das Universum krümmt sich, damit die Lichtgeschwindigkeit konstant bleibt und es ist atemberaubend zu sehen, wie wahr diese Aussage ist. Wenn man sich der Lichtgeschwindigkeit nähert, scheint sich die eigene Zeit für einen Beobachter zu verlangsamen. Das ist unglaublich. Um sich der Lichtgeschwindigkeit zu nähern, müsste Clifford Johnson auf seinem Rad um das 56 Millionenfache schneller fahren als seine derzeitigen 19 Kilometer pro Stunde. Stellen wir uns vor, er könnte das. Stellen Sie sich vor, ich würde mit meinem Fahrrad nahe der Lichtgeschwindigkeit fahren. Meine Uhr würde im Vergleich zu der des Kameramannes langsamer laufen. Wenn ich das eine Zeit lang mache, altere ich viel langsamer als der Kameramann am Boden, sodass der Kameramann bei meiner Rückkehr viel älter wäre als zu dem Zeitpunkt, an dem ich aufbrach. Wenn das für sie mehr nach Magie als nach Wissenschaft klingt, ein Beweis dafür liegt in etwas, das viele von uns jeden Tag benutzen. Ein großartiges Beispiel für Einsteins Relativitätstheorie und die Tatsache, dass eine sich bewegende Uhr relativ zu einer stillstehenden, langsamer geht, ist das GPS-System. Das GPS lässt uns unsere Position exakt bestimmen. Rechts abbiegen? Das GPS besteht aus einem Netzwerk von 24 Satelliten, die in einer Höhe von rund 20.000 Kilometern die Erde umkreisen. Das Gerät in ihrem Auto erhält Signale von jeweils mindestens vier Satelliten. Es vergleicht den mit Lichtgeschwindigkeit zurückgelegten Weg der Signale, um daraus den genauen Standpunkt zu berechnen. Nach 500 Meter rechts abbiegen. Dafür benötigt das System sehr präzise Uhren. Die Ingenieure wussten, dass die Satelliten mit mehr als 11.000 kmh die Erde umkreisen und dass diese Geschwindigkeit ausreicht, um die Uhren an Bord relativ zu denen auf der Erde, um Sekundenbruchteile zu verlangsamen. Die Ingenieure haben diese relativistischen Zeitdifferenzen berücksichtigt, sodass es nun beeindruckend präzise funktioniert. Wenn die Uhren an Bord der Satelliten anders laufen als die Uhren hier unten und man das nicht berücksichtigt, stimmt die Positionsbestimmung nicht. Ziel in 100 Meter auf der linken Seite. Die Verzerrung der Zeit ist nur eines der seltsamen Ereignisse einer Reise nahe an der Lichtgeschwindigkeit. Auf der Fahrradbahn geht Clifford Johnson an seine Grenzen, während der Raum beginnt, seltsame Dinge mit ihm und seinem Rad anzustellen. Stellen Sie sich vor, dass ich mich mit meinem Fahrrad wieder der Lichtgeschwindigkeit nähere. Für einen Beobachter sähe es so aus, als würde mein Fahrrad in Fahrtrichtung schrumpfen. Es wird kürzer. Diesen Effekt bezeichnet man als Längenkontraktion. Er tritt zusammen mit der Zeitdilatation für einen stillstehenden Beobachter auf, der jemanden betrachtet, der sich der Lichtgeschwindigkeit nähert. Doch Professor Johnson bekommt auch selbst die seltsamen Auswirkungen der Lichtgeschwindigkeit zu spüren. Während sich seine Geschwindigkeit immer weiter der Lichtgeschwindigkeit nähert, verändert sich sein Blick auf die Welt drastisch. Während ich mich nahe der Lichtgeschwindigkeit vorwärts bewege, sehe ich, dass sich die Formen vor mir im Vergleich zum Normalzustand verzerren. Alles krümmt sich zu einer Art Tunnelform. Und auch die Farben verzerren sich auf verschiedene Art und Weise. Die Farbverzerrungen rühren vom Doppler-Effekt her, während für die Verzerrungen der Formen ein als Aberration bekannter Effekt verantwortlich ist. Diese Verzerrungen ähneln dem, was man sieht, wenn man durch einen Regenguss fährt. Wenn man still steht, sieht man, wie der Regen gerade herunterfällt. Aber während der Fahrt meint man aufgrund der Bewegung, dass der Regen schräg auf einen zurast. Und das ist die Grundlage dieses Verformungseffekts, wenn man sich mit beinahe Lichtgeschwindigkeit bewegt. Wir müssen uns aber gar nicht mit beinahe Lichtgeschwindigkeit bewegen, um die Verzerrungen zu erleben, die bei Bewegungen in Raum und Zeit auftreten. Sie sind allgegenwärtig. All die Verzerrungen, die aufgrund der begrenzten Lichtgeschwindigkeit auftreten, sind jederzeit präsent, auch in unserem Alltag. Jedoch sind ihre Effekte so gering, dass wir sie nicht wahrnehmen können. Doch die Lichtgeschwindigkeit hat noch ganz andere Eigenheiten, und zwar solche, die wir sehr wohl bemerken können. Die Lichtgeschwindigkeit ist konstant, allerdings nur in dem Vakuum des Weltraums. Wenn Licht sich durch Dinge bewegt, wie zum Beispiel durch Glas oder Flüssigkeiten, verlangsamt es sich. Wäre das nicht so, wären Dinge wie Teleskope oder auch das menschliche Sehvermögen unmöglich. Wenn sich das Licht immer mit derselben Geschwindigkeit durch alle Materialien hindurch bewegen würde, wüssten wir nur wenig über die Welt um uns herum. Wir säen nur undeutliche Flecken von hell und dunkel. Unsere Pupillen sind biologische Linsen, die das Licht auf unsere Netzhäute fokussieren. Genau wie Linsen aus Glas funktionieren auch sie, weil sich das Licht auf seinem Weg durch sie hindurch verlangsamt. Warum? Weil das Licht von den Glasatomen erst absorbiert und später wieder abgestrahlt wird. Es gibt also eine Verzögerung. Licht trifft auf ein Atom, das Atom schwingt und schickt das Lichtpaket weiter. Das erzeugt die Verzögerung. Diese Verzögerung führt auch zur Krümmung des Lichts, wenn es auf Glas in Form einer Linse trifft. Auf die richtige Art gekrümmt, kann das Licht fokussiert und vergrößert werden. Für Astronomen könnte es nichts Wichtigeres geben. Gott sei Dank verlangsamt sich Licht, wenn es durch das Glas hindurch geht, denn nur deshalb haben wir Teleskope. Denn das Licht krümmt sich dabei und wir können große Mengen Licht auf einen einzigen Punkt bündeln. Und erst das ermöglicht uns, die Wunder des Universums sehen zu können. Das Licht reist mit etwas über 200.000 Kilometer pro Sekunde durch die Glaslinsen eines Teleskops. Zwei Drittel seiner Geschwindigkeit im Vakuum. Doch einige Wissenschaftler versuchen, aus noch viel geringeren Geschwindigkeiten des Lichts ihren Nutzen zu ziehen. In ihrem Labor in der Harvard University hat Lina Howe die Verlangsamung des Lichts auf die Spitze getrieben. Sie reduzierte es auf null. Natürlich ist die Geschwindigkeit des Lichts unglaublich hoch. Nichts kann sich schneller bewegen als diese 300.000 Kilometer pro Sekunde. Da haben wir uns gedacht, das ist einfach zu schnell und ob man daran nicht etwas ändern könnte. Hier drüben haben wir einen Detektor. Die Experimente werden in einem komplexen Labor durchgeführt, vollgestopft mit Lasern, Spiegeln, Prismen und anderer exotischer Ausstattung. Dabei handelt es sich um einen Zweig der Physik, an den sich bisher nur wenige herangewagt haben. Wenn man die Dinge auf so dramatische Art ändert, wie bei der Verlangsamung des Lichts auf die Geschwindigkeit eines Fahrrades, dann ist man in der Lage, Bereiche zu untersuchen, an denen noch nie jemand war. Das Licht wird abgebremst, indem Laser auf zwei mikroskopische Wolken aus gasförmigem Natrium fokussiert werden, die bis auf ein paar Milliardstel Grad über dem absoluten Nullpunkt abgekühlt wurden. Ein Kontrolllaser trifft auf die zwei Wolken und bereitet sie damit vor. Dann schießt ein kurzer Lichtpuls in die erste Wolke, presst sich in das Gas und verlangsamt sich dadurch auf wenige Kilometer pro Stunde. Der Lichtpuls, der im freien Raum eine Länge von einem Kilometer hat, wird beim Eintritt in die Atomwolke wie eine Ziehharmonika gestaucht, sodass er am Ende nur noch 0,02 Millimeter lang ist. Das ist nur halb so dick wie ein Haar und damit so klein, dass er vollständig in die Atomwolke passt. Howe sagt, dass der Abdruck des Lichts in der Natriumwolke eine perfekte Kopie des eigentlichen Lichtpulses ist. Er kann dann im freien Raum zwischen den zwei Wolken angehalten werden. Wenn er die zweite Wolke erreicht, dehnt ein zweiter Schuss des Kontrolllasers ihn wieder auf seine ursprüngliche Länge, Größe und Geschwindigkeit von knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde aus. Das ist die Basis für einen Teleporter, wie man ihn aus Science-Fiction-Filmen kennt, mit dem man Menschen und Gegenstände durch den Raum schickt. Dabei machen wir nichts anderes, als einen Lichtpuls an einem Ort anzuhalten und ihn aufzulösen und ihn an einem anderen wieder aufleben und weiterziehen zu lassen. Weil Licht Informationen transportieren kann, weist diese extrem hochentwickelte Technologie den Weg zu futuristischen Computern auf Lichtbasis, die ohne Kabel und Chips auskommen könnten. Aus Licht ausgelesene Informationen könnten schneller, kompakter und sicherer sein als alles, was uns heute zur Verfügung steht. Doch der größte Traum von Wissenschaftlern und Träumern findet sich auf der anderen Seite des Lichtgeschwindigkeitsspektrums. Für uns bedeutet die Lichtgeschwindigkeit immer noch eine undurchdringliche Mauer, eine Geschwindigkeit, die laut Einstein niemals überschritten werden kann. Doch in der Geschichte gab es unzählige Unmöglichkeiten, die schließlich doch Realität wurden. Werden wir also jemals in der Lage sein, die Sterne mit Schiffen zu erreichen, die schneller als das Licht fliegen? Und wenn ja, wann? Im April 2008 rief der weltberühmte Physiker Stephen Hawking die Menschheit dazu auf, den Weltraum zu besiedeln und interstellare Reisen zum langfristigen Ziel zu erklären. Uns in den Weltraum auszubreiten, wird die Zukunft der Menschheit vollständig verändern und darüber entscheiden, ob wir überhaupt eine Zukunft haben. Die Sterne sind für uns zu weit entfernt, solange wir uns nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen können. Und da liegt das Problem. Denn Einsteins Relativitätstheorie besagt, dass die Masse eines Raumschiffs sich der Unendlichkeit nähert, wenn es an die Lichtgeschwindigkeit herankommt. Man benötigt immer mehr Energie, um schneller zu werden, bis der Energiebedarf, der nötig ist, um Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, unendlich groß wird. Das ist unmöglich. Und das bedeutet zwangsläufig, dass auch Reisen mit Lichtgeschwindigkeit unmöglich sind. Oder doch nicht? Mark Millis zählt zu einer Handvoll Wissenschaftlern, die nicht bereit sind, bei diesem Thema das Handtuch zu werfen. Von Beruf Antriebsphysiker bei der NASA baut er in seiner Freizeit Modelle von Raumschiffen. Und ist sich des Spots durchaus bewusst, den das Thema interstellare Reisen außerhalb der Science Fiction auslöst. Der Spott ist eigentlich eine ganz gesunde Reaktion. Es hilft uns, skeptisch zu bleiben, die richtigen Fragen zu stellen, damit wir uns dann in die richtige Richtung bewegen. Einst Chef eines von der NASA eingemotteten Projekts zur Erforschung revolutionärer Antriebssysteme hat er ein Buch herausgegeben, das den derzeitigen Stand der Forschung in diesem Bereich zusammenfasst. Bezüglich der Lichtgeschwindigkeit haben drei Dutzend Physiker Artikel verfasst. Einige waren skeptisch, aber es wurden auch neue Ansätze vorgeschlagen. Niemand behauptet, dass wir schon bald mittels Warp-Antrieb zu den Sternen fliegen werden, doch über Jahrhunderte gesehen können wir das nicht ausschließen. Praktisch alle Physiker sind sich einig, dass es unmöglich ist, sich schneller als das Licht durch den Raum zu bewegen, doch es könnte eine Möglichkeit geben, zu schummeln, indem man den Raum verändert, anstatt durch ihn hindurchzureisen. Sogar die NASA untersucht die Möglichkeit, den Raum zu falten, ein Loch hinein zu bohren und damit quasi eine U-Bahn durch Raum und Zeit zu bauen. Das ist der Grundgedanke bei der Nutzbarmachung von Wurmlöchern, um praktisch den Raum um sich selbst zu krümmen und damit eine Abkürzung durch das Universum zu nehmen. Wie würde eine Wurmlochmaschine aussehen? Vermutlich riesig. Mit Anlagen, die auf eine große Anzahl von Asteroiden verteilt und kugelförmig angeordnet wären. Man bräuchte eine riesige Anzahl an Lasern, um ungeheure Energien auf einen einzigen Punkt zu konzentrieren. Man braucht fantastische Temperaturen, die größte Energiemenge im Universum, um ein Loch zu öffnen und einen Durchgang zu einem anderen Universum zu erstellen. Eine weitere Möglichkeit, den Raum auszutricksen und schneller als mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen, ist der Warp-Antrieb. Miguel Alcobier war der Erste, der 1994 über den Warp-Antrieb schrieb. Alcobier, ein mexikanischer Physiker, stellte Berechnungen für ein Raumschiff an, das dadurch angetrieben wird, dass es die Raumzeit krümmt. Hinter dem Raumschiff wird die Raumzeit gedehnt, vor dem Schiff gestaucht. Dazwischen gleitet das Schiff wie ein Surfer. Das Schiff an sich bleibt unbewegt in einer Blase, während der Raum darum es mit Überlichtgeschwindigkeit vorwärts stößt. Ein funktionierender Warp-Antrieb ist, wenn überhaupt möglich, noch Jahrhunderte von uns entfernt. Doch am riesigen Teilchenbeschleuniger des CERN in der Schweiz sind Physiker vielleicht in diesem Moment schon auf dem richtigen Weg. Der Large Hadron Collider ist ein Teilchenbeschleuniger. Er wird in Energiebereiche vordringen, bei denen sich die Raumzeit verformen und krümmen wird. Wir üben im Labor, wie man den Raum krümmt, die ersten Schritte auf dem Weg zu einem Warp-Antrieb. Nach dem heutigen Stand der Physik werden wir in nächster Zukunft nicht mit Überlichtgeschwindigkeit reisen können. Doch das heißt nicht, dass wir es nicht zumindest versuchen sollten. Selbst wenn sich herausstellt, dass Reisen mit Lichtgeschwindigkeit unmöglich sind, das Handtuch zu werfen hieße, einfach aufzugeben. Neben seiner Arbeit für die NASA hat Millis die nicht kommerzielle Tau-Zero-Gesellschaft gegründet, um ernsthafte Forschungen bezüglich Sternenreisen anzuregen. Obwohl sich nur wenige Wissenschaftler beteiligen, sind sich doch viele einig, dass es zumindest einen Versuch wert ist. Das Universum zu verstehen, ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen. Deshalb sollten wir Technologien unbedingt weiterverfolgen, die uns eines Tages ermöglichen könnten, mit Überlichtgeschwindigkeit zu reisen. Wir wissen nie, wohin uns das bringen könnte. Selbst wenn wir es niemals schaffen, könnten wir dabei eine ganze Reihe sehr interessanter anderer Dinge herausfinden. Und was wäre, wenn die Wissenschaft definitiv herausfände, dass die Lichtgeschwindigkeit eine unüberwindbare Hürde darstellt und Reisen zu den Sternen unmöglich sind? Es würde uns einen völlig neuen Blick auf unser Raumschiff Erde vermitteln. Wir wären gezwungen, es gut zu behandeln, da wir unsere Reise durchs Universum für alle Zeiten auf ihm fortsetzen müssten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020